Hallo, mein Name ist Nicola Bräunling von der Buchhandlung Bräunling in Puchheim und das ist der Blattgold Literaturkanal. Ich empfehle euch Tove Ditlefsen die Kopenhagen Trilogie Kindheit, Jugend und Abhängigkeit. Was für ein Leben, was für Bücher. Tove Ditlefsen, geboren 1917, eine großartige Lyrikerin und Autorin, schreibt erbarmungslos über ihre mühsame Kindheit mit einer sehr abständigen Mutter, einem stillen Vater und einem von den Eltern favorisierten Bruder. Sie schreibt über ihre Jugend, immer auf der Suche nach ihrem Weg und immer mit dem Drang zu schreiben und zu veröffentlichen. Von Zielen, Hoffnung und Rückschlägen. Und sie schreibt über die bitteren Jahre ihrer verschiedenen Beziehungen und über ihre Drogenabhängigkeit. Auch da immer auf der Suche nach Anerkennung und Liebe. Tove Ditlefsen war eine Frau, die anders war als andere. Größer, schlauer, kälter, zielstrebiger, erbarmungsloser, aber voller Sehnsucht nach Wärme, die sie für sich selber meist nicht spüren konnte.